5 Naturprodukte zur Feuchtigkeitspflege für schöne Haut Wenn deine Haut nach der Anwendung dieser natürlichen Feuchtigkeit kremsölig ist, kannst du die Reste mit einem feuchten Tuch entfernen. Die tägliche Verwendung von Feuchtigkeitsprodukten für die Haut ist ein wichtiger Bestandteil unserer Schönheitsroutine. Auch wenn es viele Faktoren gibt, von denen unser Aussehen abhängt, ist die richtige Feuchtigkeitspflege unabdingbar. In diesem Artikel stellen wir dir 5 Naturprodukte zur Feuchtigkeitspflege vor, die du lieben wirst. Die Kosmetikindustrie stellt zwar viele Hautpflegemittel zur Verfügung, doch wir empfehlen Naturprodukte zur Feuchtigkeitspflege, die sehr effektiv sind. Sie sind preiswert und enthalten keine schädlichen Stoffe. Deshalb sind sich auch für Menschen mit empfindlicher Haut bestens geeignet. Probiere diese Naturprodukte selbst aus, um dich davon zu überzeugen. Erste Shea Butter und Mandelöl Naturprodukte zur Feuchtigkeitspflege Shea Butter und Mandelöl Diese wunderbare Feuchtigkeitscreme wird aus 100% natürlichen Zutaten hergestellt. Sie ist reich an Vitamin A und E, die wichtig sind, damit die Haut fest bleibt und keine vorzeitigen Alterungserscheinungen aufweist. Zutaten 3 Löffel Shea Butter, 45 g, 2 Löffel Mandelöl, 30 g, Zubereitung die Shea Butter in einen hitzebeständigen Behälter geben und im Wasserbad schmelzen. Anschließend das Mandelöl hinzufügen. Die Zutaten einige Minuten verrühren. Bei Raumtemperatur abkühlen lassen und in einem luftbedichten Behälter aufbewahren. Anwendung eine kleine Menge des Produktes auf die Bereiche auftragen, die du mit Feuchtigkeit versorgen willst. Täglich anwenden. 2. Naturjoghurt und Honig Es gibt viele Gründe, warum du diese Mischung auf deine Haut auftragen solltest. Ihr hoher Gehalt an Milchsäure reguliert den pH-Wert und verringert dadurch Probleme wie Allergien, Schuppen und Austrocknung. Zudem ist sie ideal, um die Haut bohrend tief zu reinigen und mit Esser und Pickel zu entfernen. Zutaten 3 Löffel Naturjoghurt, 60 g, 1 Löffel Bienenhonig, 25 g, Zubereitung den Naturjoghurt mit einem Löffel Bienenhonig vermischen. Anwendung die Mischung auf die Haut auftragen und einmassieren. 30 Minuten einwirken lassen und abwaschen. Die Anwendung mindestens 3 Mal pro Woche wiederholen. 3. Aloe-Ferra und Rosenöl Naturprodukte zur Feuchtigkeitspflege Aloe-Ferra und Rosenöl, dieses Feuchtigkeitsgel enthält antioxidative Inhaltsstoffe, Fettsäuren und Aminosäuren, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und sie vor freien Radikalen schützen. Es verändert die natürliche Ölproduktion nicht und wirkt gegen die Erschlaffung der Haut. Zutaten 1-2 Tasse Aloe-Gel, 100 g, 2 Löffel Rosenöl, 30 g. Zubereitung das Aloe-Gel mit dem Rosenöl vermischen. Anwendung das Produkt einmassieren, bis es komplett eingezogen ist. Anschließend die Reste mit einem feuchten Tuch entfernen. Täglich anwenden. 4. Erdbeeren und Joghurt Die Mischung aus Erdbeeren und Naturjoghurt ist eines der besten Naturmittel zur Feuchtigkeitspflege der Haut. Damit wird die Haut gestrafft und von Mietessern und Flecken befreit. Beide Zutaten reinigen die Poren, mindern die Auswirkungen von oxidativem Stress und fördern die Regeneration der Zellen. Zutaten 5 reife Erdbeeren 1-2 Tassen Naturjoghurt, 100 g, Zubereitung Die reifen Erdbeeren zerkleinern und mit dem Naturjoghurt vermischen. Anwendung Die Creme in die Haut anmassieren und 30 bis 40 Minuten einwirken lassen. Die trockensten Stellen massieren, um abgestorbene Zellen zu beseitigen. Dann mit kaltem Wasser abwaschen. 2-3 Mal pro Woche anwenden 5 Naturprodukte zur Feuchtigkeitspflege Hafer und Ei Naturprodukte zur Feuchtigkeitspflege Hafer und Ei Hafer gehört zu den wertvollsten Zutaten in der Naturkosmetik. Zusammen mit Ei wird die regenerative und feuchtigkeitsspendende Wirkung noch verstärkt, da es zusätzliche Fette und Aminosäuren enthält. Zutaten 3 Löffel gemahlene Hafer, 45 g, 1 Ei Zubereitung den gemahlenen Hafer in eine Schüssel geben und mit dem Ei vermischen. Anwendung Die Creme in die trockenen Hautstellen einmassieren und 20 Minuten einwirken lassen. Danach mit lauwarmen Wasser abwaschen. 2-3 Mal pro Woche anwenden. Fühlt sich deine Haut rau und trocken an? Willst du sie mit einer Extraportion Nährstoffen versorgen? Dann solltest du unbedingt unsere Naturprodukte zur Feuchtigkeitspflege verwenden. Du wirst feststellen, dass du gar nicht viel Geld ausgeben musst, um deine Haut zum Strahlen zu bringen.